Hallo, herzlich willkommen hier im Wald. Heute ist das Projekt Endgegner. Heute gucken wir, ob ich nicht auch mal schön ans Limit komme. Der crazy verrückte Professor, der soll doch auch mal hier mal schauen, wo ihm die Grenzen gesetzt sind. Deswegen werde ich euch heute mitnehmen auf eine kleine Tour in meine Grenzbereiche. Viel Spass! Also, hier sind wir und hier ist ein Baumstamm umgefallen. Hier auf so einem schönen breiten Forstweg liegt dieser Baumstamm. Das ist ja echt tragisch. Jetzt kann man den Forstweg hier nicht mehr so schön entlang fahren. Aber, habe ich mir gedacht, da kann man ja vielleicht halt über den Baumstamm fahren. Der ist wunderbar. Der ist 1a breit. Fährt hier schön runter. Und hier könnte man auch toll wieder weghüpfen. Das ist eine gute Idee. Und dann kommt zu dieser guten Idee vielleicht noch eine gute Idee. Und dann denkt man sich, ja gut, da muss man irgendwie hinkommen auf so einen Baumstamm. Und meistens ist da dann auch irgendwie so eine Wurzel, die dann da umgefallen ist. So ein Teller. Und da könnte man dann ja drauf fahren. Muss man aber irgendwie meistens irgendwie hier so eine gewisse Lücke überwinden. Und dann kann man da drauf fahren, da runter fahren. Ja, 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 ja. Zum Beispiel. Runter fallen kann man da auch. Ja, so ist das gedacht, ne? Da. Runter und dann weg droppen. So viel zu der Theorie. In der Praxis. Oh, ist das rutschig. In der Praxis muss es wohl etwas trockener sein. Und dann kommt man halt auf die Idee, dass man hier drauf springt. Von diesem steilen Hang springt man hier einfach drauf und fährt dann hier runter. Voll die gute Idee, aus so einem steilen Ding hier einfach raus drüber zu hüpfen und runter zu fahren. Das ist total krank. Das ist total überhaupt gar keine gute Idee. Und ich tatsächlich weiß nicht, ob ich mich da einfach mal überschätzt habe. Weil hier geht es halt echt. Einfach brutal steil runter. Und dann muss man aus diesem steilen, wo ich hier schier nicht laufen kann, aus dem steilen auf den Baumstamm, von dem ich gerade jetzt schon runtergefallen bin. Also, ja, wie ihr seht, ist das heute bei dem Wetter, bei diesem Regen, lasse ich sowieso. Brauche jetzt gar nicht drüber reden. Aber das ist mein, mein Projekt. Jetzt habt ihr es mal gesehen. Ich muss noch ein bisschen Mut sammeln. Und dann komme ich mal hier mit Absichten hin. Aber ich glaube, da habe ich mir einen Endgegner gebastelt. Es passt doch so gut. Dann müssen wir einfach noch zwei, dreimal anfahren. Und irgendwann macht man den. Gute Stunts. Ding braucht Weile. Fahren wir direkt noch einmal an, zum Zum Gefühl bekommen. Man wird halt schnell. Ich glaube, das ist das Gruselige. Aber passend tut's. Schalt mal nochmal an. Wir haben entschieden, den doch zu teilen. Um mal erstmal zu gucken, wie sich das hier anfühlt. Und so will ich hier hinkommen. Dann bin ich aber echt schnell. Oh, Alter. Na, der ist geil, der Teil. Da oben. Puh, hu, 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 hu. Oh. Oh! Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020